Wenigstens Challenge. Der, der sich angesprochen fühlt, muss nach vorne. Let's go. Wenigstens hole ich nicht meine Hosen bei der Frauenabteilung bei Bersk. Ja, glaub du. Wenigstens gehe ich nicht aus dem Zimmer, wenn ich eine kleine Mücke sehe. Wenigstens bin ich nicht 1,44 Meter, sag aber immer anderen Mädchen über Snapchat, dass ich 1,80 Meter bin, damit ich viele Frauen bekomme. Wenigstens bin ich nicht seit 2 Wochen in meinem Bett depressiv und höre russische Deprimusik. Wenigstens wachse ich nicht meine Pohaare, damit die nicht so schnell nachwachsen und schön glatt sind. Boah, wer macht sowas? Wenigstens bin ich nicht 22, ich habe aber immer noch keinen Führerschein. Digga, du bist bald 40 und hast keinen Führerschein. Was ist los mit dir? Mach dir mal Kinder. Mach dir mal Kinder. Okay, Freunde, ich bin gerade vor einem Hochzeitsladen und irgendwann, wenn ich meine Cousine heirate, will ich genau...